Delta Lima 4, Foxtrot Opter, Delta Lima 4, Foxtrot Opter, ein wunderschönen guten Tag, lieber Freund, herzlichen Dank für das Reinkommen, Senior Report 5 und 9 plus 10 dB hier, und Parallel Delta Lima 1, Bravo Delta Florida, Lass-Musterfahrt, Gutehaar Norden, und Delta Alpha 0, Nordrhein-Radio, das Funktechnisches Museum, Nordrhein-Radio, EV, Clubstation. Delta Lima 4, Foxtrot Opter, 5 und 9, sehr schöne Signale, hier Delta Alpha 0, Nordrhein-Radio. Jawohl, guten Morgen, Musterfahrt, und vielen Dank für die schnelle Antwort, den guten Rapport, hier ist die L4-Fro zurück. Der Rapport ist auch 5 und 9, auch sehr gutes Signal, gut zu hören hier, ich habe beim drüberkurbeln Nordrhein-Radio gehört, und da dachte ich mir, wenn man schon beim Seefunk keine Chance mehr hat, mit Nordrhein-Radio das zu kriegen, dann wenigstens am Amateurfunk. Ja, ich hoffe, es geht euch gut da oben in Norden, das Wetter wird wahrscheinlich ähnlich bescheiden sein wie bei uns, mein Name ist Christian, und Standort ist in der Nähe von Frankfurt, am Main, 20 Kilometer östlich von Frankfurt, benutze ich hier nur einen K3 von Ehlekraft und eine 2x15 Meter Dublet-Antenne. Allerdings ist mein Rohr bzw. der Schlauch, wo die Hühnerleiter in das Dach reinkommt, der ist ein bisschen mit Wasser vollgelaufen. Ich muss da mal irgendwie das Wasser ablassen, das ist nicht optimal, deswegen ist das Stebenverhältnis nicht so toll, aber es scheint trotzdem zu gehen. Ein bisschen mache ich das Wasser warm mit meiner Sendeleistung, aber es scheint noch genug abgestrahlt zu werden. Ja, ich habe schon ein paar Informationen mitgekriegt, noch nicht so viel, aber ich werde mal dann auch gucken bei qlz.com und will es nicht zu lang machen, weil sich ja viele Stationen da rufen. Mikrofon nochmal an die Nordseeg, vielleicht mit kurzem Wetterbericht, DA0 NDR DL4FO. Ja, okay, Herr Christian, herzlichen, herzlichen, herzlichen. Also plus 15 dB habe ich hier, letzter Durchgang. Plus 15 dB, wunderschöne Signal, congratulation, viele Stationen, also du brauchst hier keine Wärme und keine zusätzliche Wärme. Das geht wunderbar, lieber Christian, überhaupt kein Problem. Sehr schöne Modulation und herzlichen Dankeschön, dass wir das reinkommen. Wie gesagt, QSL-Karte und dann kleine Erinnerung zu den QSL-Datcom. Lieber Christian, Rumsfeld, guten Rutsch im Neujahr, viel Gesundheit, viel Glück und vor allem viel Spaß bei unseren schönen gemeinsamen Hobby. Delta 04, Fox-Rotowska hier, Delta Alpha 0, Norddeutschradio, Funk-Krechnisch-Museum, Norddeutschradio e.V. Schönen Dank, Christian und alles Gute. Tschüss, Mustafa, danke schön für die Information und viel Spaß mit dem Rufreichen. Tschüss, 370. Ja, vielen Dankeschön, QSL, bitte. Delta 0, 1, 2, Raufrago, bitte. Delta 0, 3, 4, Raufrago, bitte.